Hallo und Willkommen in der Büchergalaxie. In diesem Video geht es um das Buch Der kleine Hobbit. Und das Buch wurde von Tolkien geschrieben und kam 1937 raus. Also es ist ein sehr, sehr altes Buch. Aber ich fand es trotzdem richtig cool geschrieben und auch richtig spannend. Und es war auch eines der ersten Fantasy-Romane oder Bücher. Und dafür sowas schon schreiben zu können, also sowas krasses sich auszudenken, das fand ich schon bewundernswert. Jetzt möchte ich aber erstmal sagen, worum es in dem Buch geht. Die Hauptperson spielt ein kleiner Hobbit, schon eine Fantasiefigur. Der heißt Bilbo Beutlin und der ist so in so einer ganz gemütlichen Wohnung, trinkt jeden Tag Kaffee und Kuchen, ist gemütlich in einem Sessel. Und dann gibt es noch die Zweithauptperson oder einfach auch mit der, mit die Hauptperson. Da gibt es den Zauberer Gandalf, wieder eine Fantasy-Figur. Und dann noch zwölf Zwerge. Die Namen von denen kann ich mir nicht merken. Die heißen irgendwie Bombur, Bofur, Kili, Fili und so weiter. Keine Ahnung, wie die jetzt alle heißen. Und auf jeden Fall will der Zauberer Gandalf, so heißt der, dass der Bilbo Beutlin, der mag eigentlich keine Abenteuer. Der mag es einfach nur gemütlich im Sessel zu sitzen. Aber der Zauberer möchte von ihm, dass er mit den zwölf Zwergen und ihm in ein Abenteuer zieht. Und das braucht erstmal ein bisschen, bis sie ihn wirklich überreden. Aber er kommt doch mit, weil am Ende, wenn sie das Abenteuer alle überleben, wartet ein großer Schatz auf die. Und da möchte der Hobbit dann doch mitkommen. Und das Abenteuer ist wirklich groß. Es geht durch die ganze Mittelerde, durch die Nebelberge, durch den großen Wald. Dann geht es durch alle Welten, die man sich so vorstellen kann, bis zum einsamen Berg. Und da lauert ein riesengroßer Schatz auf die. Aber der Schatz, der bewacht ein großer Drache. Der heißt Smaug. Und da kann man sich vorstellen, ein großer Drache, der Feuer spucken kann und alles. Also ihr könnt euch, ihr seht ja schon da vorne auf dem Cover den Drachen und die Zwerge und den Gandalf. Und ihr könnt euch vorstellen, dass der Drache 20 Mal größer als die Zwerge ist. Und dass es dann mit zwölf Zwergen, einem kleinen Bilbo, Beutlin und einem Zauberer schwierig werden kann, ihn zu besiegen. Und jetzt fragt ihr euch, wenn da ein Drache ist, dem der Schatz gehört, wieso wollen die ihn dann einfach erobern? Ist doch doof von denen. Aber in echt gehörte den Zwergen dieses Reich und den Schatz auch. Und der Drache hat es denen weggenommen und hat alle Dörfer in Flammen gesetzt. Nur ein paar haben noch überlebt und halt diese Zwerge haben auch noch überlebt. Und auf dem Abenteuer müssen die einen weiten Weg reisen. Und auf diesem Weg passieren unendlich viele Abenteuer. Und jetzt könnte man auch denken, ja toll, ein Zauberer ist bei denen. Der macht einfach einmal bla bla bla. Dann sind alle tot. So, dann können die weiterlaufen. Und wenn einer mal irgendwie stirbt, dann sagt er irgendwas und dann ist er wieder auferstanden. Aber das ist nicht diese Art von Zauberer. Das ist eine ganz andere Art von Zauberer. Und ich möchte jetzt erstmal nicht zu viel verraten. Ihr könnt das, ich würde euch raten, das Buch selber zu kaufen. Dann erfahrt ihr auch, welche Art von Zauberer das ist und was diese ganzen Abenteuer sind. Also jedes Abenteuer hat mindestens eine Fantasyfigur oder so. Da kommen nämlich ganz unzählige Menschen, ja okay, Menschen kann man das jetzt nicht mehr sagen, aber Figuren vor und die müssen halt auf einem weiten Weg passieren viele Abenteuer. Und mal gucken, ob sie es dann bis zum einsamen Berg, bis zum Drachen schaffen. Aber sie sind halt immer nur noch zwölf Zwerge, ein kleiner Böbo Beutlin und ein Zauberer. Und gegen tausende von Orks, gegen tausende von Wölfen, gegen tausende von Waldelben konnten die halt schlecht was anrichten. Und deswegen brauchen sie halt Verbündete und möchte sich zu viel verraten. Ihr könnt da selber lesen und dann werdet ihr schon herausfinden, ob sie es irgendwie schaffen, das Abenteuer zu lösen. Das war erstmal von meiner Sicht der kleine Hobbit. Ah, und ich habe noch eine Sache vergessen. Der kleine Hobbit, da gibt es auch eine Verfilmung zu. Und das krasse ist, ihr könnt es hier sehen, dieses Buch, der kleine Hobbit, hat irgendwie hier, hier, ihr seht's, da, 333 Seiten. Und zu diesem Buch wurden drei Filme gemacht. Drei einzige Filme zu diesem einen Buch. Und jeder Film dauert ungefähr circa zweieinhalb Stunden. Also zu dem Buch, wären die Filme einfach zusammengefügt gewesen, hätte der Film siebeneinhalb Stunden gedauert. Und das haben die dann halt in Teile zerteilt. Denn das aus jedem Film, also das aus dem ganzen Film drei Filme wurden. Und jeder Film dauert einfach zweieinhalb Stunden ungefähr. Und ich habe mir auch alle angeguckt und das war sowas von krass gemacht. Also wer von euch schon Harry Potter geguckt hat, das war ja auch richtig krasse Animation und alles. Wir sagen, von der Animation her war der kleine Hobbit besser. Also noch in manchen Szenen stärker gemacht. Aber mit stärker meine ich auch, es gibt am Ende Krieg und ganz viele andere Sachen. Und also ich bin jetzt gerade zehn Jahre alt und ich habe das gesehen und für mich war das okay. Die bewährt, also die schätzt, man sollte den Film ungefähr ab zwölf. Ab zwölf kann man den gucken. So die Harry Potter schon gesehen haben und das Buch gelesen haben, die können die Filme auch gucken. Mit neun oder mit zehn. Aber manche ertragen das vielleicht auch noch nicht mit zwölf. Also da muss man ja vielleicht einmal einen Trailer gucken und dann weiß man ungefähr, ob das ein Film für sich ist. Also ich fand die Filme gut, aber wie schon beim ersten Buch, Wunder, empfehle ich euch wirklich das Buch zuerst lesen. Ihr wisst ja schon, dann kann man die Gedanken einfach weiter schweifen lassen. Das war es erstmal zu dem Buch, Der kleine Hobbit. Ah, und noch eine Sache habe ich vergessen. Der kleine Hobbit, das ist die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Und Herr der Ringe hat ja auch Tolkien geschrieben und das ist die Vorgeschichte zu Herr der Ringe. Also wer Herr der Ringe irgendwann mal lesen will, empfehle ich wirklich. Also ich habe Herr der Ringe noch nicht gelesen, will es aber auch mal bald lesen. Dem empfehle ich wirklich, Der kleine Hobbit zu lesen, weil Der kleine Hobbit ein fantastisches Buch ist. Ciao!